Nach diesem Video wirst du die besten Vorbereitungstipps für das Abitur 2019 im Sozialkunde oder eben Gemeinschaftskunde, je nachdem wie es bei dir ist. Willkommen zurück Abitur-Lehden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Du hast Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Gemeinschaftslehre, heißt ja überall ein wenig anders, im Abitur möchtest du die besten Tipps, da bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen auf diesem Kanal, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, gerne unter da, ich hoffe es ist da, nein es ist da bei euch, ne. Hier ist mein Name und da ist der Abonnierband. Abonnieren, bitte nicht auf die Glocke drücken, weil Benachrichtigungen lenken dich nur beim Lernen ab, aber abonnieren ist auf jeden Fall eine smarte Idee, anstatt sich irgendwelchen Trash in Bezug auf Entertainment anzuschauen. Deswegen das tun und ansonsten, jetzt geht's los mit den Tipps, auf die du wahrscheinlich jetzt schon nach meinem ganzen Gelaber, ungewöhnlich langen Gelaber für meine Videos, selig wartest. Erstens, Verknüpfungen zu anderen Fächern bilden. Das spielt in keinem Fach so eine große Rolle wie in Sozialkunde. Denn überleg mal, in was für Fächer greift Sozialkunde denn alles über? Gewissermaßen in Politik, falls ihr das getrennt habt, definitiv in Wirtschaft, gewissermaßen vielleicht sogar in Geografie, auf jeden Fall Geschichte. Ja, das heißt, es ist super, super wichtig, dass du auch in den anderen Fächern gut bist. Denn immer bei den Transferaufgaben, egal ob du jetzt schriftliche oder mündliche Abiturpufen hast, was denkt ihr, will das Kultusministerium oder die Lehrer selbst am ehesten in Bezug auf Transfer sehen? Natürlich, dass ihr den Stoff, den ihr in dem Fach lernt, auch mit dem Stoff aus den anderen Fächern verknüpfen könnt. Deswegen, seid auch unbedingt in den anderen Fächern gut, überlegt euch auch schon beim Lernen, wo sind denn Parallelen oder Anknüpfungspunkte zu den anderen Fächern, bildet die gleich beim Lernen im Kopf, dann werdet ihr in der Klausur oder eben bei der Abfrage nicht böse überrascht. Zweitens, alles auf jetzt beziehen. In keinem Fach wirst du so tagesaktuelle Themen sprechen, wie in Sozial- oder eben Gemeinschaftskunde. Und das musst du unbedingt nutzen, denn gerade die Sache, was ja an der Schule oft einen richtig aufregt, dieses, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das hast du eigentlich in Sozialkunde nicht, weil in Sozialkunde geht es genau um die Dinge, die jetzt aktuell gerade abgeht. Und das musst du einfach dir zu Nutzen machen. Ja, das heißt, deine Motivation sollte viel höher sein. Du kannst viele tagesaktuelle Dinge mit reinbringen, auch in die Mitarbeit und dann natürlich auch in den Abiturprüfungen und sei da einfach gewappnet, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch sowas als Transferaufgabe drankommt. Zweitens, oberflächlich reicht. Und damit meine ich das Lernen. Ja, tatsächlich, das ist natürlich extrem mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich hast du auch in Sozialkunde drei Anforderungsbereiche und die gehen halt eben immer tiefer. Das heißt, du solltest es schon tiefer verstehen. Aber wenn bei irgendeinem Fach ich sagen würde, dass man es nicht so tief können muss, dann in Sozialkunde. Einfach aus dem Grund, weil ich meine, der Bundestag wieder aufgebaut ist, ja, da reicht es eigentlich zu wissen, wie er aufgebaut ist. Und warum exakt er so aufgebaut ist, wird eher weniger besprochen. Das heißt, wenn du in irgendeinem Fach eher oberflächlich lernst, dann in Sozialkunde. Nichtsdestotrotz empfinde ich dir natürlich trotzdem, möglichst tief in die Materie einzusteigen, wenn du auf die richtig hohen Punkte zahlen willst. Viertens, da werden wir auch schon beim Tiefer gehen, unbedingt das Buch lesen, ja. Klar, wenn du einfach nur möglichst effizient dich vorbereiten willst und nicht in die richtig hohen Punktebereiche gehen willst, dann lese einfach nur die Hefteinträge durch. Ist definitiv das Effizienteste. Wenn du aber das Maximum rausholen möchtest, lese auch unbedingt das Buch, weil gerade im Buch stehen nochmal ein paar extra Informationen, die du vor allem in der mündlichen Abiturberufung immer super gut anbringen kannst. Oder auch Dinge, die dir eben helfen, wenn es dann eben in ausführlichere Aufgaben im schriftlichen Format geht, die dann einfach anzubringen und sich wirklich auch die volle Punktzahl zu sichern. Fünftens, Vorfälle des letzten Jahres kennen. Und das bezieht sich ein wenig auf das, was ich im zweiten Punkt schon gesagt habe. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem groß, dass bei den Transferaufgaben einfach irgendwelche Aufgaben kommen zu Dingen, die eben schon passiert sind. Und da musst du jetzt nicht am Tag der Abiturberufung nochmal die Nachrichten schauen, weil die Klausur wurde ja dann schon erstellt, ja. Aber ich würde dir empfehlen, dich einfach über die Sachen, die letztes Jahr passiert sind, gut zu informieren und vielleicht auch ein bisschen, was so in den ersten zwei, drei Monaten dieses Jahres passiert sind. Ich bin mir nicht genau sicher, wann die Klausuren erstellt werden. Aber wenn du einfach vor allem im letzten Jahr Bescheid weißt, das ist schon sehr gut. Weil ich meine, ich weiß nicht, wann die ihre Klausuren erstellen. Vielleicht erstellen die die, ja im Januar werden sie auch nicht erstellen, weil da schreiben die ja schon Rheinland-Pfalz. Keine Ahnung, wann es genau entsteht. Aber da sind natürlich, denke ich, gerade die Sachen, die im letzten Jahr passiert sind, am präsentesten. Und damit würde ich mich einfach nicht viel, aber schon auch auseinandersetzen. Einfach, dass du bei gewissen Transferaufgaben sehr gute Punkte mit anbringen kannst. Und das war es auch schon von diesem Video. Wenn du ansonsten noch mehr das Maximum rausholen möchtest, dann stehen natürlich theoretisch, wenn es eben passt, die Türen für unser Traumabitur-Coaching dir weit offen. Einfach dafür unter diesem Video auf den Link klicken, die Sachen ins Formular eingeben. Dann melden wir uns bei dir und schauen, ob ich dein persönlicher Coach werde. Also einfach unten eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo Dein Leo